Da herunten befindet sich die Hütte und circa 200 Meter oder 100 Meter einmal durch den Wald rauf habt ihr den Aufbauplatz für eure Drachen. Da schauen wir jetzt, ob wir heute nicht einen schönen Start sehen können. Die Wetterverhältnisse sind sehr gut, Wind kommt von vorne und da steht schon ein Billswing. Und dahinter noch ein zweiter und da haben wir noch einen dritten.